die sandra kann man leider nicht kaufen das passt schon soweit das passt schon weil jetzt nichts irgendwie mache ich diese sprünge ins nichts nicht so wirklich da kommt immer nix hallo irgendwo ja jetzt hier ein rockschiff waffensysteme systeme alles auf die systeme und antriebe soviel dazu angriff auf die schützsysteme sowas mag ich doch eher in der gegner mal keine chance hat völlig überfordert ist mit allem und jedem und ist auf die nebenzahlungssysteme 11 12 das ist zu wenig das schießt mal jedes einzelne system davon kaputt dort und da hat es mir kaputt gemacht und ja endlich ausgezahlt dass wir mehr haben wollten wunderbar dass ich mir hin und werden ich werde immer noch darauf dass irgendwie nie bekommt in dem die energie abgezogen wurde und überhaupt keine chance haben was wir werden wenn wir schon wieder angegriffen muss nicht mit mir nicht mit mir du ein ding salam achte ist noch mehr da man ja alle waren hier mitkommen mitkommen los rüber 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 es wäre doch gelacht wenn wir diesen kaputt kriegen könnten weil es ist schon alles zugang geschlagen und raus hier aber uns kiesel und wave werden es bestimmt wieder gerichten ja 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 eindeutig kiesel hier runter hier rein also ich sollte noch energie auf unsere gangstaat zu legen hätte vielleicht was hätte es ist etwas okay weg geht geht zurück kiesel geht dahin zurück auf die station und ja es hat für nahkampf hat es jetzt gut kiesel was bekommen und wafer das bekommen zwei besiegt die gegner ja gut dann kann sich die kiesel wenig wehren wenn da vorne angegriffen wird ich meine alle anderen können sich ja recht gut helfen nur er ist immer so leicht abgeschnitten ja okay ich würde mal sagen wir fliegen hier hin und er hat zum glück nur normal wie nebel aber ein mann ist der uns gleich ziemlich viele probleme bereiten wird ah torkontrolle schon gesehen mal zwei mann ist diesmal auch gott das ist natürlich wäre gut mega bis gar nicht gut eins für andere weg dann greifen wir die schützsysteme an und legen wir greifen eigentlich ähm hört auf mein lebensherr anzugreifen skandalös ist es aber ich muss zurück dann kommt jack hier rein und er muss hier raus komm schon auf heilen auf heilen okay wieder raus du kommst hier rein kiesel kommt hin äh ich komm noch rein und das gegen das schiff zerstört ja okay ich will nichts dagegen sagen ich nehme es einfach nur hin und kiesel ganz vorne hat alles mitgenommen schild reparatur jetzt wäre die türsysteme und da fällt mir ein upgraden okay ich werde es nachher machen soll nach der reparatur aber egal wobei eigentlich gut ist bekommst du mich bei einer reparatur erfahrung zwei und zwei zwei und drei kann immer nur eine die erfahrung bekommen schade aber na gut sei es drum antrieb engines und ein shop der uns gerade nichts bringt man wegen mir hierüber da kriegt man da ja noch irgendwas so gott einer so hinfällt weniger bis gar nicht gut oh gott der war das war ein böses der war ein richtig böses sogar ich brauch die leute aber gerade alle lebenshaltung bleibt noch ein bisschen da gleich haben wir es gleich haben wir es und okay kiesel kann sich drum gehören das können wir bekommen perfekt denke ich auch was das ausweichen ich glaube ja schon mal ach na komm ich brauche noch ein meteorit um es auszutesten 8 8 9 geht wahrscheinlich nur bei schüssen dann na gut na gut komm schon kiesel hämmerer wie du noch nie gehämmert hast perfekt das klingt schnell 8 8 jetzt wollen wir noch kurz bis wir ein bisschen mehr sauerstoff hier drin haben so ab die 90 prozent und auch können wir weiterspringen äh schwede hätte ich noch gerne dankeschön und damit ne 1 2 3 4 1 2 ne ne wir wegen hier runter sind wir näher am ausgang dran falls ich mich doch verzehrt habe und natürlich ein rebellenschiff wie sollte es anders sein okay mit 2 mark 2 löys und heidewitzka so und zwar das erstmal keine angreifen dann kannst du ja mal sich um das leckchen kümmern was ziemlich böse war mich immer behaupten komm du schaffst es du schaffst es ich glaube an dich perfekt wir wollen verschwinden das ist aber anders hier 24 ne ich möchte mehr ich möchte mehr und ich ja schütz schatz und mal hä habe ich ja jetzt zweimal ja um 30% schnellere schütte entbinung Plus das, was wir von unserem User-Check bekommen. Noch mal 10. Hm. 40%. Ich will nichts sagen, aber... Hey, der wird's geil. Das ist super. Wenn wir noch einen dritten Busern hätten, wir laufen Schilde. Ähm. Essenzer-Pickup-Single-Life-Form. Guck mal herunter. Einen Überlebenden gefunden. Was machen wir denn mit dem? Laden wir noch mal zur Crew ein. Ja, Charlie. Charlie Diamantis. Okay. Ist eigentlich so gegen? Charlie, Charlie, super. Dann haben wir hier. Gangstation. Jetzt haben wir zwei Mantis, sprich Wave und Charlie. Werden zum Ender-Kommando wahrscheinlich dazu gehören, wenn wir dann... Äh, einen Shop finden, beziehungsweise... Äh, den Teleport uns leisten können und ein Energie-Bomber von Zoltanen. So, wir zum Thema... Wir sind Freunde. Eine Ionen-Waffe... Oh, oh, oh. Der schaltet unsere Schilder, was ist nicht gut. Und das war jetzt noch weniger gut. Ähm, reparieren. Braucht zwar lang, aber besser als gar nix. Ach, Mann. Komm, auf die Waffen, der Laser muss weg. Ja, perfekt. Ich muss das check hier rüber. Darf das reparieren? Charlie geht zurück in die Gangstation. Ja! Kiesel hat es zu eben einen neuen Rang erhalten. Höhe der Feuerrat ist, immer eine Feinde, keine Chance mehr. Wir haben auf die Schilde, auf die Schilde. Alles auf die Schilde, jetzt ratzen wir den weg. So, zum Thema Energie-Bomber. Ehrlich? 78, oh, oh. Hätten wir jetzt einen Shop, dann wäre es richtig gut. Wir könnten noch... Das nicht, aber ausweichen. Wurde mir ja mal geraten, ich soll noch ein bisschen mehr in Ausweichen reinsetzen. Mache ich einfach mal. Ich habe meine Ausweichrate von 50% später bei den Raketen. Doch, was ist denn der Stil? Was ist schon wieder einer? Sag mal, den ist wohl langweilig oder was? Und natürlich auch wieder jung, kann man wieder bei... Zum Glück hatte ich hier rüber geschossen. Das hätte jetzt auch wesentlich böse ausgehen können. Gerade ist so... Oh, doch nicht. Nicht nur Energie gerade, Hallöchen. Achso, die Waffenkontrollen wurden auch getroffen. Ja, das könnt ihr erklären, warum wir keine Energie haben. Alright. Schilde wegschießen. Bingo. Genau so, nicht anders muss es sein. Und die Schöne nochmal wegschießen. Das... Oh. Ja, das war mein Laserstrahl. 62. Okay, okay. Schauen wir mal hier vorbei. Das müssten wir noch schaffen, rein theoretisch. Und ein Mantis-Scout. Lalalala. Krepiert. Oh, das ist verdammt viel, aber jetzt unterwegs. Alle zu machen. Die Waffen ist ausgefallen, das kann ich auch rüber gehen und helfen. Genauso wie... Ja, auch rüber. Keine Helfen. Ah, aus. Besiegt sie. Er schafft das. Oh, Charlie. Scheiße, nicht gut aus. Charlie. Du gehst am besten in die Krankenstation. Wobei, nein, 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 das geht, das geht, das geht noch. Bingo. Äh, Charlie-Krankstation. Check. Krankenstation. Wave. Krankenstation. Krankenstation. So, und... Ich komme mich mal wieder um den Antrieb. So wie dazu, elendige Mantis. Ich muss sagen, da freue ich mich auch schon drauf, wenn ich mal die spielen kann. Der hier rüber, der hier rüber. Alright. Mit dieser Crew? Ab, wenn es verwerben. Nein, natürlich, aber die Sieg. Ich komme mich mal wieder um den Antrieb. Ich komme mich mal wieder um den Antrieb. Ja, ich komme. Interessante. Ich komme mich mal wieder um den Antrieb.